Der Begleiter steht Ihnen Horst Köbbert zur Seite. Oh ja, guck dir doch mal unsere Speicherstadt an. Die ist vor über 100 Jahren gebaut worden und die Häuser sind tadellos erhalten. Da wurde alles gelagert, was früher an Stückgut am Hafen hier reinkam. Aber es ist natürlich nicht mehr so modern, diese Stadt von innen. Aber das wird jetzt alles modernisiert, renoviert, restauriert. Aber ich habe auch mal gehört, man will Hotels dort bauen und Restaurants und sowas. Ja, das möchte sicher mancher gern, weil es die schönste Ecke ist von Hamburg. Aber ich werde nicht so ein Schickimicki-Krumm dort. Ich muss allerdings zugeben, wohnen würde ich da auch gerne. Glaube ich dir gerne. Aber es ist natürlich auch schön, dass das alte erhalten wird. Bei den Liedern ist es doch auch so. Ich weiß, du machst so gerne diese alten Lieder. Wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben das große Mandolinorchester 1928 eingeladen. Wunderbar. Ich spreche sogar was Platthütsches. Holten Tüffel, frittig. Okay, nicht das. Nun du oder ich? Okay, nein. Gummick-Mollein ist oben, solang's den Eulen steh'n weg. Doch hin der Raudi ist angesprung, ganz und gar nicht wenig. Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Und so holten Tüffel, und so holten Tüffel, oh, wie klappt das so scheu? Angst auf Holzpantoppen, Angst auf Holzpantoppen, oh, wie klappt das so schön. Und noch mal für die Hochdütschen. Alles auf Holzpantoppen, alles auf Holzpantoppen, oh, wie klappt das so schön. Alles auf Holzpantoppen, alles auf Holzpantoppen, oh, wie klappt das so schön.